Moin zusammen Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Wenn ihr kritischen, finanzpolitischen Content mögt, seid ihr hier genau richtig. Abo dalassen, ist natürlich kostenfrei. Und wir haben als erstes mal so den Artikel, ich hatte es bereits im Olli-Kanal drüben angekündigt, dass wir uns angucken, was unser Finanzminister Christian Lindner eigentlich jetzt geplant hat. Was sind das für Entlastungen, von denen zahlreiche Leute mittlerweile sprechen? Und wird das überhaupt bei uns wirklich ankommen? Denn, ich nehme es mal vorweg, es ist so ein Teils-Teils-Ding. Und das ist natürlich ein ganz, ganz starkes Stück insofern, dass jetzt hier über die kalte Progression diskutiert wird und dann gesagt wird, kalte Progression zur aktuellen Zeit, kommt hier aber zur falschen Zeit. So unsere Wirtschaftsweisen. Aber gehen wir gleich drauf ein. Wir legen jetzt erst mal los mit diesem hier. Das hat die FDP selber gepostet und ist gerepostet worden hier von einem Twitter-User. Und dann heißt es nämlich hier kalte Progression, unser Vorschlag zur Entlastung. Und wenn man sich das ja nämlich jetzt anguckt, Einkommen, die bis zu 25.000 Euro brutto pro Jahr sind, haben aktuelle Steuerlast von 1.973 Euro. Die neue Steuerlast, laut Lindners Vorschlag, liegt dann bei 1.760 Euro. Das ist eine Senkung um 213 Euro. Okay. Faktisch, ne? In absoluten Zahlen, 213 Euro. Prozentual sind das satte minus 10,8 Prozent. Was ich finde, ist schon eine ordentliche Stange Geld. Keine Frage. Das Ganze wird jetzt hier in Summe des Geldes, ne? Absolute Zahl, wird es mehr. Ist ja logisch. Aber prozentual weniger. Und das ist der Punkt, worüber sich jetzt in der Gesellschaft sehr, sehr viele Leute drüber aufregen, die sagen, ja, aber Moment mal, wie kann es denn sein, dass der Reiche, ja, ja, man kennt diese Leier, dass der Reiche jetzt hier mit bis zu 100.000 Euro auf einmal 700 Euro, ich runde, 700 Euro weniger bezahlt pro Jahr, wohlgemerkt, ne? 700 Euro weniger bezahlt. Das ist ja minus 2,5 Prozent. Das geht ja gar nicht, ne? 700 Euro und der Arme bis 25.000 Euro nur in Anführungszeichen 200 Euro. Und zwar, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich anders erzogen, da bin ich anders eingestellt. Es kann nicht sein, weil wenn man sich diese absoluten Zahlen anguckt, wer finanziert denn hier dieses ganze Leben in diesem Staat? Natürlich in Summe sind das bei vielen, vielen, die dieses geringere Einkommen haben, bis zu 25.000, natürlich dann viele mit solch einer Steuerlast oder solch einer, keine Frage. Aber eine große Menge machen doch ein paar wenige hier aus, die richtig ordentlich zur Kasse gebeten werden. Und dann ist es verhältnismäßig eine Steuersenkung von nur minus 1,4 Prozent, ist ja fast nur ein Zehntel davon, gerundet, ja, 14 Prozent und 10 Prozent, egal, aber hier 700 Euro weniger. Klar ist es, 700 Euro haben oder nicht haben, hätte ich auch gerne mehr. Ja, und weniger Steuern so gesehen. Aber man muss doch hier wirklich die Kirche im Dorf lassen, wie man so blöd sagt, sonst ist es doch nicht mehr erstrebenswert in Deutschland. Das ist ein ganz grundlegendes Problem in diesem sozialistischen Staat, in dem wir mittlerweile leben, Leistung zu erbringen, zu sagen, ja, ich mache jetzt noch Überstunden, ich mache jetzt hier noch mehr, ich bilde mich weiter, suche mir einen neuen Job, versuche mich weiter zu entwickeln, versuche mir ein anderes Mindset irgendwie anzueignen, fange an mit Joggen und so weiter und dann irgendwann verdiene ich mal mehr, verdiene ich nicht mehr in dieser Einkommensgrenze bis zu 25.000, sondern bin hier bei minus, minus wäre schlecht, bei bis zu 40.000 Euro. Das sind doch Ziele, die man haben sollte. Denn Wohlstand wird doch nicht durch Steuereintreibungen, durch Umverteilung oder sonst was irgendwie ermöglicht. Nein, die Folge daraus ist, diese Leute hier, werden zu, jetzt nicht aussprechen, werden nicht mehr sich so engagieren wie vorher, wenn sie es doch nur weggenommen bekommen. Und das ist ja faktisch schon der Fall. Denk zum Beispiel an den Höchststeuersatz von 45 Prozent, der gezahlt werden muss, klar, wenn du viel Geld verdienst, aber es ist doch nicht fair, es ist doch absoluter Nonsens oder sich das falsch, schreibt es mal unten rein. Und wenn wir uns dann die eben angesprochene Situation um die Wirtschaftsweise hier angucken, wirtschaftsweise findet Lindners Steuerpläne passen nicht in die Zeit, heißt es hier. Ja, Heidewitzker, wir brauchen unbedingt Anreize, Gas zu sparen. Sorry, nein, wir brauchen eine Politik, die in der Lage dazu ist, uns Gas zu kaufen. Das ist es doch einfach. Es kann doch nicht sein, dass die Aufgabe des Staates ist, Anreize zu geben, um Gas zu sparen. Sag mal, Leute, das ist doch wirklich absurd, was hier mittlerweile gefordert wird, sagt die Wirtschaftsforscherin Professor Veronika Grimm. Ja, das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Nein. Und nochmal, diese Energiesituation, weil sie das jetzt hier anspricht, die Dame, die ist doch leicht zu lösen. Ich habe doch schon Beispiele dafür genannt. Nord Stream 2 wird geöffnet und vollends genutzt. Dann haben wir schon ein ganz großes Problem weg. Die AKWs, die Ende des Jahres abgeschaltet werden sollen, werden verlängert. Weiterhin werden bereits abgeschaltete AKWs wieder reaktiviert. So, und dann? Dann geht es uns allen gut. Glaubt mir. Weiterhin? Ich habe noch viele Ideen, wie man es ganz einfach machen könnte. Und glaubt mir, wäre ich an der Macht, das wäre eine Aktion von drei bis sechs Monaten, da würde dieses Land erblühen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So zum Beispiel Auslandsunterstützungen, Zahlungen an die EU etc. pp. Milliarden, Abermilliarden, die wir einsparen könnten. Verbunden mit einem Dexit natürlich. Weil, überlegt doch mal, habt ihr mir mitbekommen, dass die Briten den Brexit bereuen? Da habe ich nicht eine einzige Nachricht drüber gelesen. Ich lese nur Nachrichten darüber, wie glücklich die Leute sind, wie gut es den Leuten geht, dass die Leute wieder mehr Geld in der Tasche haben etc. pp. Okay, klar ist es natürlich ein Nachteil mit der Reise. Man muss wieder mit dem Ausweis und so weiter und so fort. Aber komischerweise, als ich auf Zypern dieses Jahr im Urlaub war, musste ich auch einchecken mit dem Ausweis. Also, ob ich da jetzt einen Reisepass oder meinen Personalausweis nehme, das ist mir im Endeffekt Wumpe. Und ob ich da ein paar Minuten vielleicht länger in der Schlange stehe, aber das habe ich auf Zypern genauso. Also, von daher verstehe ich nicht, was da so dieser große, tolle Vorteil sein kann. Und natürlich, klar, Import-Export, das mag ein Punkt sein, aber es funktioniert auch. Und es hat Jahrzehnte vorher auch funktioniert. Aber wir gucken mal weiter, was die Dame hier noch zum Besten geben möchte. Zitat, eine Reform, bei der nominal die Besserverdienenden mehr gewinnen, kommt einfach zum falschen Zeitpunkt. Und nochmal, hier bedeutet einfach diese Aussage, die kalte Progression aktuell kommt zur falschen Zeit. Das ist doch eine bodenlose Frechheit. Weil es heißt, ja, du kannst dir ja die Gaserhöhung vom Preis her leisten. Also kriegst du nichts vom Staat zurück. Nein, nein, im Gegenteil, du musst noch mehr in die Tasche gegriffen bekommen. Das kann es doch nicht sein. Andererseits brauchen wir zur Zeit eine Entlastung vorwiegend der unteren und mittleren Einkommen. Verstehen wir nicht falsch. Natürlich benötigen wir die. Ja klar, aber auf einem anderen adäquaten Weg, dass der Staat nicht mehr hingeht und so raffgierig in unsere Taschen greift, egal wie viel Geld man monatlich nach Hause bringt. Es ist einfach für jeden zu viel. Das muss man doch klipp und klar benennen. Und die die Härten durch die Preissteigerung nicht alleine tragen können. Und weiterhin, man müsste versuchen, zielgerichtet untere und mittlere Einkommensgruppen zu entlasten bis in die Mitte der Gesellschaft. Und Leute, die Realität sieht doch wieder anders aus. Die Mitte der Gesellschaft spiegelt doch was ganz anderes wider. Es geht doch mittlerweile in diesem Staat wirklich nur noch darum, die Leute, die hier auf der faulen Haut liegen, zu unterstützen. Bürgergeld beispielsweise. Wenn das kommt, dann wird es richtig rosig hier. Aber nicht für uns, nicht für uns Steuerzahler, weil das für uns ein immenser Mehrkostenaufwand sein wird. Oder auch Rentner. Wie schlecht werden die Rentner in diesem Land hier behandelt? Das ist eine bodenlose Frechheit. Das passt doch einfach nicht zusammen. Herr Christian Lentner steht natürlich selbst hinter seiner Idee, seinem Vorschlag, den er hier unterbreitet hat. Das ist sozial ausgewogen und die starken Schultern werden weiter auch eine große Last tragen. Und das sehen wir hier in den Zahlen natürlich ganz klar. Wie gerade eben schon erläutert. Aber sie werden eben nicht stärker belastet. Und vor allen Dingen sorgen wir dafür, dass nicht die Menschen, die in Wahrheit keine breiten Schultern haben, durch die Inflation plötzlich mehr Steuern zahlen. Und das ist die Realität. Wir sehen es ja hier. Die sind ja wirklich weniger belastet als mit der Inflation in Differenz gerechnet. Überlegt doch mal, wenn wir eine offizielle Inflation, mach mal 7% draus haben, haben die Leute, die jetzt so viel Geld hier verdienen, immer noch einen großen Nachteil. Alle, alle bis zu 40.000 Euro. Das muss man sich überlegen. Inklusive dieser. Nur die, die unter 25.000 verdienen, haben diesen Inflationsschutz, so nenne ich ihn jetzt mal an dieser Stelle. Und das ist alleine, das ist ja eigentlich schon gar nicht gerecht. Sodass sich viele Leute da, die viel Geld in diesem Land verdienen, doch garantiert denken werden, Nee, da mach ich nicht mit. Da verlasse ich dieses Land. Und davon hört und liest man ja immer wieder, dass gerade zahlreiche Fachkräfte, wirkliche Fachkräfte das Land verlassen. Allerdings, die Wirtschaftsvertreter loben hier die Pläne von dem Christian Lindner. Unternehmensvertreter und Arbeitgeber haben Lindners Pläne begrüßt. Der geplante Abbau der kalten Progression sei richtig und notwendig, sagte hier Industrieverband BDI. Und das kann ich an der Stelle nur unterschreiben, denn wenn es den Unternehmen gut geht, dann wird es auch den Mitarbeitern gut gehen. So bin ich erzogen worden, so weiß ich es, von meinem Vater, der über 20 Jahre lang selbstständig war, einen größeren Betrieb, einen mittelständigen Betrieb geführt hat. Und wenn es ihm gut ging, eine gute Saison war, dann hat er von sich aus auch gerne eine Bonuszahlung an die Mitarbeiter gemacht. Da wurde mal ein bisschen was längerer Urlaub gegönnt oder ähnliches. Das ist doch nur logisch. Und solange man nicht irgendwie ein Unternehmen von einem Kandidaten geführt hat, der so raffgierig ist, wie beispielsweise verschiedene öffentlich-rechtliche Senderleiter, Intendanten und so weiter, dann funktioniert das. Und ich bin da fest überzeugt, ich glaube daran. Auch der BDA, Arbeitgeberverband hier, sagt dazu, mehr Netto vom Brutto macht Sinn im Kampf gegen die höchste Inflation, die wir seit Jahrzehnten haben. Zentral ist, dass den Arbeitnehmern am Ende mehr Geld bleibt. Und überlegt mal, Arbeit lohnt sich? Dann kann ich mir auch was leisten. Dann leiste ich mir nicht vielleicht diesen kleinen Fernseher, 30 Zoll in Anführungsstrichen klein, sondern nimm vielleicht das größere Modell. Wisst ihr, und dann kommt das Geld doch direkt wieder zurück in die Wirtschaft. Es ist doch eigentlich so trivial. Arbeit muss sich lohnen, gerade auch in Zeiten des Arbeitnehmermangels. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie ich finde. In diesem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mal eure Meinung gerne dazu unten rein. Daumen hoch fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Das freut mich sehr. Bis zum nächsten und ciao.